Schuss, schuss! Wir haben einen ganzen Tagdienst auf. Wohl, Du hast noch so eine Koalisse, das ist jetzt gehalten. Ok, also reguliert es sich. Geh mit! Geh mit! Arsch zu. Äh, ne? Jetzt gibt's ja mal die eigene Arche. Chuuu! Ein Fernseher! Lieber Walter, lieber Walter, da Maria ein Musiker besonders fragt, wollen wir euch eine kleine Tauschung daraus zeigen. Damit ihr wisst, worum es geht, hier eine kurze Beschreibung. Im Schloss gehen die Barbierer und die Geisterkunden aus ihren Klebern. Sie sind noch ein bisschen eingepostet und schon etwas verstaut und zersaust. Aber sie wollen feiern und frisches Blut. Sie wollen vor allem junges Blut. Aber das junge Blut ist allein den Glav vorbehalten. Und damit Maria und Markus heute ein bisschen der Barbierer geschützt sind, bekommt ihr jetzt eine Kette überreicht. Und jetzt klickt aus und lasst es fluchen. Ich glaube, sie sollen auch die Begrüßung verdient. Ich glaube, die Begrüßung haben gesagt, dass nicht mehr in Brüßung gesessen wird. Wir haben eine Kette überreicht. Das war's. 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 Oh. Du bist derart. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.